Was ist Scripting in Photoshop und was können Sie damit tun? Sehen Sie hier eine kurze Einleitung zum Objektmodell von Photoshop und wo Sie die Dokumentationen dazu finden. Der nächste Automatisierungswerkzeugkasten, den wir bei Photoshop haben, eben die zuvor besprochene Arbeit mit Datensätzen, ist ein weiterer Punkt, der uns in Photoshop schon eine ganze Reihe von Möglichkeiten bietet. Diese Dinge sind aber eben alle noch im Prinzip zusammenklickbar und erfordern noch nicht allzu viel Kenntnisse, um wirklich interessante Sachen zu machen. Die hohe Schule der Automatisierung in Photoshop und die wirklich leistungsfähigsten Dinge kann man in Photoshop produzieren, was Automatisierung angeht, wenn man sich dem Scripting zuwendet. Seit einigen Versionen hat Adobe begonnen, Photoshop als Programm zunehmend zu öffnen für Eingriffe von draußen und dafür zu sorgen, dass man sozusagen bei Photoshop die Motorhaube aufmachen kann und anfangen kann wirklich am Programm rumzuschrauben und einen mittlerweile extrem detaillierten Zugriff auf fast jede Programmfunktion hat von außen und sich praktisch die Funktion des Programms zu völlig eigenen Funktionen zusammenstellen kann. Diese Funktionen sind aber nicht nur dazu da, dass wir als Benutzer Photoshop manipulieren und beziehungsweise an unsere Bedürfnisse anpassen können, sondern Adobe benutzt die seit geraumer Zeit auch selber, um Programmteile zu programmieren und die meisten von Ihnen haben bereits solche Teile von Photoshop oder auch von der Bridge oder auch von anderen Adobe-Applikationen benutzt, ohne das gemerkt zu haben. Bei manchen steht es dran, bei manchen steht es nicht dran. Kurz einmal einfach, wo kommen die Dinge eigentlich vor? Also wo stolpert man über diese geskripteten Programmteile? Das ist es so, einmal bei Photoshop unter Datei, Skripten findet man verschiedene Dinge, die sind jetzt teilweise hier unten etwas außerhalb und hier ist zum Beispiel der Bildprozessor zu finden, den können Sie ja auch von der Bridge aus anstarten, wenn Sie jetzt hier zum Beispiel einfach eine Reihe von Bildern markieren und sagen Werkzeuge, Photoshop, Bildverarbeitung, das ist das gleiche wie der Bildprozessor, hier ist die Nomenklatur nicht ganz einheitlich innerhalb der Creative Suite, dann kennen Sie diesen Dialog, der dann aufspringt, der Bildprozessor und das schaut halt einfach wie ein ganz normaler Programmteil von Photoshop aus, ist es aber nicht. Dieses Ding ist komplett mit JavaScript programmiert. Die Sprache JavaScript werden die meisten von Ihnen kennen, sehr viele Features auch von Webseiten basieren darauf. Es ist eine sehr weit verbreitete, nicht allzu schwierige Programmiersprache, die eine sehr weite Verbreitung hat. Es gibt eine Menge Leute, die das können und das Interessante an der ganzen Geschichte ist, dass Photoshop praktisch sein eigenes Objektmodell durch Adobe mit einer Abbildung in Form von JavaScript versehen bekommen hat. Das schaut dann circa so aus. Ich mache das mal hier auf die Seite und wir schauen mal hier in ein PDF rein. Es gibt eine ganze Reihe von Dokumenten, die sind im Adobe Ordner mehr oder weniger versteckt. Also man muss ein bisschen danach suchen. Ich zeige Ihnen mal, wo Sie das hier finden. Und zwar hier im Bereich Skript Handbuch. Das ist einfach im Photoshop Ordner selber. Gibt es also einmal Beispiel Skripten, Hilfsprogramme und so weiter. Und dort finden Sie einmal dieses Handbuch für Skript Programmierung, das ich hier gerade aufgeschlagen habe und in dem ich Ihnen gleich ein bisschen was zeigen möchte. Dann finden Sie hier schon einen sehr deutlichen Hinweis darauf, wie Adobe diese Skriptfähigkeit, die Programmierfähigkeit von Photoshop umgesetzt hat. Das gibt es einmal für die Mac-Plattform in Form von Apple-Skript, für die Windows-Plattform in Form von VBScript, also in Form von Visual Basic. Und beide haben den Nachteil, dass sie jeweils nur für eine Plattform arbeiten. Dort den Vorteil, dass sie teilweise relativ interessante Zugriffe aufs System haben. Die weitaus interessanteste Möglichkeit ist allerdings, mit JavaScript zu arbeiten, weil dort die Skripten sowohl auf Mac als auch auf Windows funktionieren. Und JavaScript vor allem den riesigen Vorteil hat, dass sehr, sehr viele Leute, die im Medienproduktionsbereich unterwegs sind, JavaScript können. Und dort auch die Einarbeitung für die meisten Leute relativ einfach ist. In diesem Einführungsbuch für Skriptprogrammierung, das ist hier noch auf Deutsch, alles Weitere ist dann auf Englisch, gibt es einen kleinen Hinweis, wie das in etwa funktioniert und an was man sich gewöhnen muss, wenn man sich mit dem Metier des Photoshop-Skripting auseinandersetzt. Also in diesem Teil der Dokumentation finden Sie recht weit vorne noch das Photoshop-Objektmodell. Und wenn Sie hier jetzt mal reingehen, dann können Sie ein bisschen herumscrollen und dort gibt es ein Diagramm, das sehr gut weiterhilft, wenn es darum geht, Photoshop zu verstehen, wie man es mithilfe einer Programmiersprache greift. Das ganze Objektmodell ist aufgebaut wie ein Baum. Es gibt hierarchisch ganz oben stehend Application, das ist Photoshop selber als Programm, das läuft. Innerhalb dieses Programms gibt es Documents oder ein oder mehrere offene Fenster. Preferences sind die Voreinstellungen. Notifier ist jetzt hier mal nicht so interessant. Innerhalb eines Documents geht es dann weiter. Dann haben wir innerhalb des Documents die History, die Protokollpalette. Dann haben wir das Document Info und so weiter, verschiedene andere Dinge. Dann haben wir die Farben. Dann haben wir, das ist das Interessante für uns, da geht es nämlich dann weiter, den Layer Set. Das heißt, das wäre jetzt ein Ordner in der Ebenenpalette. Der muss nicht unbedingt da drin sein. Und dann kommen die Art Layers. Hier gibt es nochmal die Art Layers ohne Ordner. Ein Art Layer ist eine ganz normale Ebene. Diese Ebene kann auch ein Textobjekt enthalten. Dann ist es eine Textebene. Hier ist ein Pfad innerhalb der Pfadpalette gemeint. Der Pfad kann noch Teile haben und diese Teile bestehen aus Punkten. Das heißt, das wird immer weiter aufgedröselt, sozusagen in die Bestandteile des einzelnen Elements, mit dem wir in Photoshop arbeiten. Hier gibt es dann noch die Auswahl und so weiter. Das ist jetzt nur ein ganz grober Überblick über das Ganze. Und damit, mit diesem Objektmodell funktioniert Photoshop und innerhalb dieses Objektmodells können wir dann im Prinzip auf einzelne Funktionen zugreifen, indem wir uns einfach mit einer bestimmten Schreibweise durch diese ganze Hierarchie durchhangeln, um einzelne Elemente innerhalb eines offenen Photoshop-Dokuments greifen zu können, beziehungsweise wir können das Dokument auch öffnen, schließen, speichern. Also die ganzen Dateifunktionen sind natürlich auch greifbar. Also das ist einmal ein kurzer Überblick über das Scripting in Photoshop und auch, wo Sie die Dokumentation dazu finden. Ein weiteres sehr wichtiges Dokument finden Sie dann hier in Form von der Java Scripting Reference. Da gibt es noch die beiden anderen Gegenstücke dazu. Das ist also einmal hier das VB und das Apple Script. Wie gesagt, ich schlage vor, wir bleiben bei JavaScript, was ist einfach wirklich am universellsten. Auch beim Scripting, was generell eingesetzt wird für Photoshop, ist JavaScript mit Abstand am meisten verwendet. Und da finden Sie ganz detailliert das Objektmodell aufgeschlüsselt, welche Dinge haben welche Eigenschaft, zum Beispiel ein Art Layer, was hat der für Eigenschaften, der Blend Mode, zum Beispiel die Füllmethode oder zum Beispiel ist das eine Hintergrundebene, welche Deckkraft hat der Flächeregler und so weiter und so fort. Sie werden hier sehr viele Dinge wiedererkennen. Der Nachteil ist ein bisschen, dass das Ganze natürlich nur in Englisch ist, aber man findet sich da relativ gut zurecht. Es gibt auch immer wieder Beispiele. Hier sieht man zum Beispiel auch, wie es funktioniert. Documents, das heißt zum Beispiel das erste Dokument von den offenen Dokumenten, Art Layer, der heißt My Layer und der ist zum Beispiel jetzt in diesem Fall komplett gesperrt. Das heißt, das schloss es zu, ich kann den nicht bearbeiten, die Transparenz ist gesperrt und so weiter. So äußert sich das in Form einer Skriptsprache. Dies war also mal ein kurzer Überblick über das Skripting, wo Sie Dokumente dazu finden und wie das grundsätzlich mal aufgebaut ist, dass man einfach weiß, wie kommt man überhaupt einmal dahin, dass die Motorhaube aufgeht von Photoshop, bevor wir anfangen, daran rumzuschrauben.